3, 2, 1, Eckstein, Eckstein, ich pumse euch. Ah guck mal, dann seh ich dich ja. Eckstein, Eckstein, ich pumse euch. Das ist doch eine Geide, ja. Oh mein Gott, er ist wieder da oben. Nein! Scheiße! Er ist mir hoch, mein Freund. Ich bin jetzt noch runtergefallen. Du musst nur noch 8 Minuten 50 rennen. Laufst du noch in den Pool. Jawohl, hol mich. Eine Poollänge ab. Nein, du Sack, du Sack, du Sack hast mich richtig hart verarscht. Oh Mann, ey. Oh, fuck. Recap's an Peter, ey. Das war super gut. Peter. Oh, was? Peter! Peter, tun wir nicht! Oh, da hab ich ihn. Ja, Mann. Wir müssen die Quote auch einfach erfüllen. Ja, ich wollte auch grad sagen, Fram muss als erster sterben. Wer ist mal wieder als erstes gestorben? Du hörst mal nicht im Discord, der ist Schmutz. Aber du hast das bei mir geschrieben, Christian. Ja, ich schütz mich. Oh mein Gott! Alter! Jumpscare! Wie assi war das denn, ey? Das hab ja sogar ich gehört. Oh mein Gott. Guck mal, da ist Peter, ja. Wie sie mich alle schon vorher sehen. Jo! Was geht ab? Welcher Holy Shit! Was ist das denn hier? Also ist das Bequemes zu können? Cocky Bram ist wieder am Stein. Versteck mich hier, da siehst du mich nicht, oder? Alter, das ist gut! Bist du unten? Ich hab eigentlich erwartet, dass du jetzt hier nicht in diesem Raum versteckst, ehrlich gesagt. Nee. Aber ich bin Cocky, ich bin Wichser. Ja, Peter. Meinst du, ich kann da noch fallen? Warte! Hörst du mal, Peter, wo bist du? Ich bin ready to run, Junge! Weißt du, wo die Treppe ist? Weiß ich noch nicht, aber ich werde es... Oh! Oh, da rennt er mal! Run, boy, run! Herr Bram kann mal nicht zu mir! Oh, Peter hat Stress! Herr Bram hat Stress! Ich weiß nicht, wo er hingefahren ist. Scheiße! Oh! Peter, ich hab ne Frage, ja? Ja, hau raus! Was hat dich dazu bewegt, der Geisel in Aluminiumpflaster zu verpassen? Fuck you! Und der musste die Schuhe ausziehen. Hast du vor, geputzt? Oh Gott! Alter, Bram! Stark, Bram! Da hab ich nicht auf die Tür mehr geguckt, Scheiße! Hey, wen hab ich als erstes gefunden? Natürlich, Bram! Natürlich! Oh, guck mal, ich glaub da ist Christian. Wir haben einen Mörder gefunden in der Innenstadt, in der Nähe von dem Friseursalon und dem Klamottenladen-Typ. Uh, da seh ich doch den nächsten NPC. Äh, nicht NPC. Nee, nee, ich hab aber sowas von abgeknallt als Hitman. Oh. Den Typi da vorne. Hallo! Welchen da vorne? Nee, nee, nicht dich! Ich hab glaub ich, ich weiß der Christian ist. Ja, genau der, Peter. Ja, ja, ich seh. Ja, genau der. Ja. Oh shit! Oh! Was macht ihr denn davon Quatsch? Hinterher! Ey, du mieses Stücklohn, Alter! Ich hab's gesehen zu haben, aber die sind nicht mal close. Ich wollte grad sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mich gesehen haben. Ja, der Wasser ist! Das war richtig gut! Oh! Oh! Okay, ich weiß zwei Leute! Also ihr wolltet den nicht zu zweit erschießen? Oh nein. Ja, ich hab Schiss gehabt, weil mein Kollege einen auch abgehauen ist! Mein Homie! Die haben sich entschlossen, sich beide umzudrehen und wegzureißen. Ach! Den Homie! Bleib doch noch stehen, du Lump! Was machen wir denn jetzt? Hier, bei der Polizei stehen? Okay. Ich hab ne Idee, das ist ein totales Nied. Hallo, Herr Officer. Wir haben ja jemanden. Der ist beschützend. Ich hab mir jetzt bei einem Officer hier stehen. Was ist das Ding? Er kommt! Wo ist er denn? Jaaaa! Oh, gegen drei Leute war jetzt schwer. Hey, Herr Officer, nicht auf mich schießen! Das war ja ein Zufall, dass ich gerade vorbeigekommen bin. Als ob da drei Leute dann stehen. Er hat keine Schnitte. Scheiße! Okay, das war tatsächlich ziemlich gut. Alter, war das cool. Aua! Ich geh mal ans Telefon, okay? Ja. Ja, geh mal ans Telefon. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Peter! Oh mein Gott! Was war das denn? Ich dachte, du hast mich gekriegt. Alter, Vater. Ich geh mal ans Telefon, sagt er! Okay, das war krass. Alter, mein Herz! Das war heftig, Peter. Mach nicht so einen Quatsch, ja, bitte? Feind an der Barackenstadt! Hat er noch einer gesehen? Was? Feind an der Barackenstadt? Das heißt, ich habe gerade einen gesehen, aber habe ich nicht gesehen. Ich frage mich auf, der mich gerade gesehen hat. Ich frage mich auf, der mich gerade gesehen hat. Ich will nicht wieder als erstes sterben. Ich werde das Meme brechen. Ich werde mich aber nicht bewegen. Gar nicht. Jetzt nicht mehr. Feind an der Barackenstadt! Der ist auf der mittleren Straße, wo er seinen Sport abgestellt hat. Mann, das ist dieses Huchen-Barackenstadt-Spiel! Erinnert schon wieder Feind an der Barackenstadt! Ja, was ist wie die fucking Barackenstadt? Ja, das kriegst du mal an deinem Kompass angezeigt, Mann! Ich muss ganz doll los! Ich verstehe gar nicht, was Sepp hat! Oh nein! Oh, natürlich habe ich Bram als erstes! Verkommelung gefunden, Mann, ey! Habe ich Bram gesehen? Wo habe ich denn Sepp gesehen? Gott, ist das doch wieder zum Kotzen, ey! Was machst du denn da? Lieber Mach, ich habe nichts getan! Ich habe mich nicht bewegt! Ich lag einfach nur auf einem Dach! Weiß halt auch nicht, wo ich bin! Oh! Guck mal, wo ich bin, da ungefähr, so! Oh! Äh... Hey, Peter! Oh! Jay! Nein! Geh weg, Jay! Nicht gut! Nicht gut! Peter! Du Idiot, ey! Wieso gehst du dann ab zu mir? Wieso bin ich denn jetzt der Idiot? Weil du zu mir gegangen bist! Ja, vor allem... Ja, wohin soll ich denn kommen? Der kommt von vorne! Der hat dich doch ganz klar gesehen, da! Ja, und wieso kommst du dann rein? Ja, wie? Ich war... Wie? Warum komm ich dann rein? Warum denn mich? Ja, weil da eine Falle ist! Wie du noch eine halbe Minute vorher gesagt hast! Peter, da ist eine Falle! Ich geh wieder! Ach ja, oh, dann komm ich aber wieder in die Falle! Wenn du nicht da vorne gewesen wärst! Peter, ey! Nee, wie Peter! Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Na, Peter! Hey! Bram, ey! Alter, Vater! Echt, mein Peter! Das ist eine Falle! Das ist eine Falle! Kommt trotzdem in die Falle! Wo ist dieser Motherfucker Jonathan? Aber Bram muss doch zuerst gefunden werden! Unter dem Bett war ich ja gerade zu Beginn, Peter! Juhu! Oh Gott, er hat mich gesehen! Als ob! Juhu! 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 Nein! Alter, ich muss zurückkommen! Das war fies! Weil das war nach draußen! Das war ein Ausgang! Da war ich dann draußen! Aaaaaaah! Was ist das? Okay, what the fuck? Nein! Scheiße! Kacke! Ich dachte, der rennt eiskalt dran vorbei! Nein! Kann man denn mit denen eigentlich... What the fuck? Was war das denn? Oh, lol! Sorry, ich hab dich angeklickt! Alter, ich hab mich im Kreis geredet! Ah, deshalb dreh ich mich manchmal im Kreis! Oh, nein! Wenn man ihn anklickt, dann dreht er sich im Kreis! Holy shit! Ah, ich hab Christian gefunden! Oh, nein! Ich glaub nicht, dass ihr auf der gleichen Ebene seid! Naja, wahrscheinlich nicht! Wahrscheinlich ist er unter mir! Lebram ist über mir! Deswegen bin ich auch unsichtbar für dich! Irgendwie... Irgendwie kann ich nicht über mir! Aber wenn ihr bis nach unten gelaufen bist... Ich glaube, du bist immer hier! Ich bin am spawnen, man! Wenn du dann überwinden bist, dann kann das ja nicht! Ja, du bist... Ah! Ich seh Bram! Ich seh Bram! Bram hier! Komm raus! Hilf mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bleib hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Oh zu geil! Oh mein Gott! Oh zu geil! Oder was? Wo ist er jetzt hin? Hab ich da auch so sehr den Rechtsklick gemacht, Alter. Das war mein eigener persönlicher Jumpscare jetzt. Scheiße, war ich zu langsam. Peter, was machst du da eigentlich? Schuss! Ja! Direkt in den Kopf, ey! So, Alter, verdient die Bitch! Direkt in den Kopf. Ich hab mich wieder auf mein Dach gestellt. Das war so klar, ich wollte nämlich kurz wieder zurückgucken, weil es war so klar, dass Bram da wieder draufsteht. Ah! Also, kleiner Hinweis für unsere, äh, hier, Lightly-Hearted-Menschen, das ist wieder was, wo du erschrocken werden kannst. Alter, Vater! Mach mal auf, hier! Tja, wo soll der Bub denn sein? Schon assi, ey, jetzt hier so cocky zu sein. Okay, du bist schon ein Arsch. Nein! 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 Gib Gas! Gibt Gas! Gibt Gas! Demi, du bist wirklich weggefahren. War's ein Schein, ne? Der kommt doch sonst immer zurück. AHHHHH! Scheiße! Scheiße! Der kommt sonst immer zurück. Und jetzt bist du schon. Der Schein kommt immer zurück. Oh ne! Bist du da? Ja genau! What the fuck? Was hat denn Jay? Ja. Jay ist in der Wand. What the fuck? Wie hast du das hier gemacht? Wie viele Granaten hast du von diesen Subgranaten? Äh, eine. AHHHHH! 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 Keine Ahnung! Bleib hier! AHHHHH! 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 Der hat zuerst mir eine Granate dahin geworfen. Ich hab dir zuerst eine Granate dahin geworfen. Ich hab dir zuerst eine Granate dahin geworfen. Wir liegen in Führung. Als wenn du mich von da oben in dem Busch sehen kannst. AHHHHH! 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 Ich hab's selbst verfolgt. Wer ist das denn? So Peter! AHHHHH! Wo bist du's denn jetzt? Das ist ja wohl ein Witz. Wie hat der das denn gemacht jetzt? Das war mal unfair. Hey, dann ist es von der Richtung her gar nicht so verkehrt. Wait, wo geht's denn jetzt hin? Da geht gar nichts an gerade. Okay. Geht auch nicht, verdammt. Okay, komm wieder. Okay, ich sag dir wann wärmer und kälter wird. Wird kälter, wird kälter, wird kälter. Wie wird kälter? Wird wärmer, wird wärmer, wird wärmer. Wärmer, wärmer. Kann man da drüben? Sehr heiß, heiß! Sehr heiß, heiß! Wo bist du hier? Oh, jetzt ist wieder kalt. Oh, jetzt ist wieder heiß, heiß! Oh ja, du bist quasi... Oh, du hast mich quasi geschlagen gerade. Du bist in der Ecke... In der Decke. Ecke, Decke. Da! Ja, genau. Ach, ich soll hier kommen, du Sau. Lois, Zep hat sich selber gekält. Ich bin vom Dach gefallen, weil da die Mauer war. Oh man, der hat mich runtergeglitscht. Peter, das ist jetzt echt der Letzte. Oh man ey, das ist doch hürde jetzt! Ich werd da hochkommen. Wait, das heißt, konnte Bram das Gerät sehen, über das ich ihn sehe? Ja, du siehst das, du siehst das. Was bist du denn so verwirrt? Ich glaub, du bist das, Peter. Nein, ich bin der nicht, aber dadurch kann ich dich sehen halt. Ach süße Kamera. Oh mein Gott, wie viel, ey. Oh man ey. Der stand neben mir an einem anderen Fernglas. Ach scheiße, da hab ich halt nicht lange genug geguckt. Ne, der stand, als du mich gefunden hast, neben mir an einem anderen Fernglas. Ja, also ich war hier die ganze Zeit. Also du musst, glaub ich, an mir vorbeigelaufen sein. Ja sicher muss der, weil der hat mich ja hier gefunden. Also du standest an dem Fernglas. Klar, aber du standest halt an dem Fernglas direkt daneben. Nein. Aber der Unterschied ist halt, ich trage halt ein Regenbogenhemd und du trägst halt einfach nur noch 50 Klamotten von irgendwas. Ja, ich stand die ganze Zeit hier. Ich muss schon sagen, diese Tunst abzusaugen ist gar nicht so leicht zu erklären. Meinst du, der Messerblock ist teuer? Ich wollte gerade sagen, den Messerblock, den hab ich. Den hab ich auch bei mir. Gibt's hier mehrere Küchen? Naja, es gibt eine Küche mit so drei Töpfen an der Wand, Peter. Sagen wir, oder drei Pfannen. Ja und so einem Volli... Okay. Du Wichser! Das war ich nicht. Das war das nicht. Das war das nicht. Ich hab nur gelacht. Da kriegt der dich niemals. Ja sag niemals! 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 Oh Gott! Fahr! Fahr! NIEMALS! Alter! Gott Junge! Bist du da nicht noch drin? NIEMALS! itionally! Wir bleiben noch... HÄ seems noch nicht mehr da drin sehen? NIEMALS! Alter! Alter, aber auf die letzte Sekunde! Ich le Nonno nicht! Mit den Kop٦-Gang-Wirn editiert! Ich hab dir die Tür aufgemacht! Hä? Die Tür ging nicht auf. Wahrscheinlich geht die nur kurz auf und Jan hat nicht hingeguckt. Ja, ich war gerade in der Kamera oder so. Das weiß ich doch nicht. Alter, das war jetzt wirklich mit dir. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, Seb, dann weißt du ja, wo einer ist. Oh Gott! Das war so unglücklich. Bravo, ich rette mich. Oh fuck, Mann. Bravo, jetzt rette mich. Er die ganze Zeit rumschreit. Ich dachte, ich konnte hier. Ich hatte hier was gesehen. Ja, er ist auf dem Parkplatz. Jetzt wieder im Lobby drin. Also, den Eiferaum hätt ich gerne... Nee! Nee, ich hab mich vertippt! Haben wir es aber auch nicht geschnallt. Oh, Scheiße! Ich dachte, er ist in der Lobby drin. Ich hab mich vertippt, ey, Scheiße! Auf Branden, ey! Oh, herrlich. Da bin ich wieder raus, ey. Das ist der Stapelhaus. Ich seh dich nicht mehr. Wieso nicht? Gefällt dir nicht, oder? Das geht mir gar nicht. Christian, sieh nicht! Oh! Ich dachte mir so, hm, es gibt eigentlich nur einen Ort, von wo du es nicht sehen kannst. Ich seh dich immer noch, nee. Ich frag mich gerade, warum er nicht noch nicht schießt. Meinst du? Das wundert mich. Oh, Gott! Oh, Gott! Alter, hab ich mich erschrocken! Alter, Vater! Junge, für mich zusammengezogen! Oh, Gott! Holy Moly! Mein Herz! Glaube ich. Scheiße! Scheiße! Peter! Tut nicht! Ich bin bald abgebogen! Hab Gnade! Schreif dich nicht! Ich wohnt doch da gar nicht lang! Nein, es ist der Kassel! Hä? Wieso stirbst du nicht? Ich wollt schon sagen, Alter. Das kann ja wohl nicht sein. Dann war doch jetzt doof! Ich bin falsch abgebogen! Oh, nee! Alter, hier ist ein Spielzeugladen! Ja, genau! Da reit! In einem Spielzeugladen, oder sowas. So, Peter. Bleiben wir hier? Nee. Ja, nee, ich will eigentlich da oben auf den Balkon, aber ich weiß nicht. Komm, hier. Peter, also, also, wir hätten uns küssen können schon. What? Wow! Nachgeborene und Taure war auch komisch. Und ich hab mir ernsthaft gedacht, ob du jetzt absichtlich einfach wieder gegangen bist. What? Oder einfach? Peter ist jetzt oben hingegangen, wo die ganzen Kirin-Tors sitzen. Du hast echt neben mir gestanden. Er geht jetzt wieder in die Wunderwerke rein, glaub ich. Ja, er ist wieder in die Wunderwerke reingegangen. Oh mein Gott, jetzt seh ich dich da drauf! Alter, what the fuck! Wie blind war das, Peter? Du kommst hier rein und setzt dich hier drauf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy shit! Okay. Yo. Ähm. Alter, das war echt, das war echt böse. Bin auf jeden Fall jetzt wach. Ja. Voll den geilen perfiden Plan. Und was macht Christian? Der steht einfach direkt hinter uns. Mann ey. Ceren durch die Gegend und macht einfach ganz viele... Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da steht der plötzlich vor meiner Nase! Das Rennen ist sehr laut! Oh fuck! Oh Boxen, geil! Hi! Geile Sau! Komm runter, Alter! Schütz! Warte mal! Welche Wege gibt's jetzt hier hoch? Ich kenne mich nur ein! Okay! Jetzt schnell runter! Nee! Scheiße! Meinst du? Seh dich, lad! Ich runden rumkriech! Ach du Scheiße! Ja, man weiß der nicht! Nee! 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 Warte mal, wie bist du hier drauf gekommen? Nee! Warte mal, wie bist du hier drauf gekommen? Nee! Oh Gott! Nein! Nein! Doch! Oh Gott! Nein! Scheiße! Nein! Moment! Jetzt! Nein! Was ist da los bei euch? Was ist denn da los? Oh Mann! Was ist denn da los? Also ich hör, Sepp bei Peter weit und breit nicht. Also bin ich genau bei Peter, okay. Guck mal, da oben zu den Reifen. Warum hab ich mich nicht da versteckt bei den Reifen? Das ist voll gut. Was für Reifen? Da, hier bei den Reifen. Nein! Scheiße! Der ist da süß! Ich hab dich nicht gesehen! Ey, was für ein Zufall war das eigentlich, als sie gesagt haben, man hört Sepp bei und breit nicht und dann kommt der direkt in den Raum rein. What the fuck? Ich hab dich einfach nur... Oh Gott! Aber wie gut war das denn? Ich denk so... Boah, Alter, da oben auf den Reifen verstecken, das ist ja ein übelstes OP-Versteck. Oh cool! Das muss ich mir merken für nächste Mal. Oh Peter, flop da runter! Das heißt, du hast mich erst gesehen, als ich runtergesprungen bin? Ja! Ich hab dich vorher nicht gesehen. Oh mein Gott! Was? Ich hab dich nicht gesehen! Die Panik war real! Scheiße! Das ist all lucky! Wir sind euch so sehr. Ach Gott! Tschüss! Woh! Leute, sag mal, aus dem Mystischerмет coating. sait mir nicht, ganz gut, es ist ja ein Problem! NósENS zu demfighting, wenn wir gleich ein Gewalt im Verfahren. Wir sind heute mit Jürgen komplett gegen die fünf, locker um und gefangen. Drei mal noch. enko.